Werfen wir nun aber einen spannenden Blick auf die klimatische Entwicklung der alpinen Bergsommer. Und so viel sei schon vorweggenommen. Die Veränderungen, die wir hier sehen, die haben es wirklich in sich. Liebe Freunde des Skisports, ich begrüße euch alle zu diesem neuen Video-Vortrag. Heute ist der 21. Oktober 2019 und wir sprechen dieses Mal über die Klimaentwicklung der alpinen Bergsommer. In der Vergangenheit wurde immer wieder Kritik laut, dass wir vom Forum Zukunft Skisport den Klimawandel verharmlosen und potenziellen Klimawandelleugnern in die Hände spielen würden. Das ist nicht richtig, weil wir die regional betrachteten klimatischen Entwicklungen weder verharmlosen noch dramatisieren wollen. Wir beteiligen uns weder an der zum Teil sehr emotional geführten Diskussion über die klimatische Zukunft der alpinen Winter, noch an jener über den anthropogenen Einfluss auf die aktuelle globale Erwärmung. Diese Diskussionen sollten Geo- und Atmosphärenphysikern vorbehalten bleiben. Wir zweifeln weder an Klimaänderungen noch am anthropogenen Anteil an der jüngsten globalen Erwärmung. Was wir tun ist, wir beschreiben detailliert den messbaren Zustand des Klimas im Alpenraum mit hilfeamtlicher Messdaten. Dazu gibt es eine Präambel, die jeder Studie des Forum Zukunft Skisport vorsteht. Wie ihr wisst, könnt ihr eine Fülle von Studien auf unserer Homepage www.zukunft-skisport.at downloaden. Werfen wir nun aber einen spannenden Blick auf die klimatische Entwicklung der alpinen Bergsommer. Und so viel sei schon vorweggenommen. Die Veränderungen, die wir hier sehen, die haben es wirklich in sich. Auf diesem Chart sehen wir die Entwicklung der Temperaturen auf fünf amtlichen Bergmessstationen in den Ostalpen. Obergurgl im Ötztal, die Schmittenhöhe bei Zell am See, der hohe Sommblick, die Villacher Alpe und der Sentis in der Schweiz, unweit von der österreichischen Grenze gelegen. In der Folge betrachten wir die Mittelwerte der Temperaturen auf diesen Bergen, deren mittlere Seehöhe rund 2300 Meter beträgt. Die Daten erlauben uns einen Blick zurück bis ins Jahr 1887. Wir können also eine Zeitspanne von 133 Jahren überblicken. Hier auf der Y-Achse eingetragen sind die Temperaturen der sogenannten alpinen Vegetationsperiode von Mai bis September. Die Daten stammen von der ZAMK, es sind die homogenisierten HIST-Alp-Daten, sowie von der Meteoschweiz. Schauen wir uns zuerst die Extremwerte an. Der sogenannte Jahrhundertsommer 2003 wird nicht nur so genannt, nein, er war es auch. 2003 war mit die Abstand wärmste Vegetationsperiode mit einem Mittel von 8,0 Grad Celsius. Es folgen 2018 und dann 2019. Ihr könnt euch sicher noch an den feuchtkühlen Mai 2019 erinnern. Dieser kühle Mai hat wohl verhindert, dass wir knapp an das Jahr 2003 herangekommen wären. Die kühlen Vegetationsperioden liegen relativ weit zurück in der Vergangenheit. Wir sehen das Jahr 1912 mit 2,6 Grad und das Jahr 1913 mit 2,9 Grad Celsius. Die insgesamt sehr kühle Periode der 1910er Jahre brachte den Gletschern große Massengewinne, welche zum sogenannten 1920er Vorstoß führten. In der jüngeren Vergangenheit sehen wir feuchtkühle Vegetationsperioden in den 1960er und 1970er Jahren. Auch diese brachten den Alpengletschern positive Massenbilanzen und führten zum sogenannten 1980er Vorstoß, dem bisher letzten Vorstoß von 60 bis 70 Prozent der Alpengletscher. Gleichzeitig ist die Waldgrenze geringfügig abgesunken. In den 1980er Jahren setzte eine starke Erwärmung ein, die bis heute anhält. Wir sehen in der grünen Kurve, dem zehnjährig gleitenden Mittel, einen Anstieg um rund 2 Grad Celsius. Zu welchen konkreten Auswirkungen diese Entwicklungen führten, sehen wir uns später an. Der nächste Chart zeigt uns die Sommertemperaturen. Der meteorologische Sommer umfasst die drei Monate Juni, Juli und August. Auch hier führt 2003 mit 10,2 Grad Celsius klar an. Es folgen der Sommer 2019, gefolgt vom Sommer 2015. Der kälteste ostalpine Bergsommer wurde 1913 mit 3,7 Grad Celsius gemessen. Er war also im Schnitt um unglaubliche 6,5 Grad Celsius kühler als der Sommer 2003. Die blaue Linie zeigt das langjährige Mittel von 6,2 Grad Celsius. Die grüne Kurve, das zehnjährig gleitende Mittel, gibt uns einen Überblick über die sehr kühlen Sommer der 1910er Jahre. Die warmen Sommer der 1940er und 1950er Jahre mit der folgenden, bereits beschriebenen Abkühlung hinein in die feuchtkühle Periode der 1960er und 1970er Jahre. Seit Mitte der 1970er Jahre haben sich die ostalpinen Bergsommer um knapp 3 Grad Celsius erwärmt. Dieser Chart zeigt die Entwicklung der Sonnenscheindauer im meteorologischen Sommer. Von Juni bis August über die vergangenen 133 Jahre von 1887 bis 2019. So lange Messreihen gibt es in den Ostalpen nur von zwei Stationen, der Hohe Sonnenblick und die Villacher Alpe. Wir sehen bis in die 1920er Jahre hinein viele vermeintlich trübe Sommer, zumindest Sommermonate mit relativ wenig Sonnenscheindauer. Der Sommer 1896 brachte gar nur 334 Sonnenstunden. Das ist weniger als die Hälfte der Sonnenscheindauer des Jahrhundertsommers 2003, welche im Mittel der beiden betrachteten Bergstationen 706 Sonnenstunden brachte. Die blaue Linie zeigt das langjährige Mittel von 512 Stunden. Augenscheinlich sind auch hier die sehr sonnigen und warmen Sommer der 1940er Jahre. Es folgte ein abrupter Abfall in die 1950er Jahre. Vor allem aber sticht die Periode von ca. 1965 bis ca. 1980 hervor. Diese Sommer waren nicht nur kühl, sondern auch arm an Sonnenschein. Seit Mitte der 1970er Jahre konnten wir einen Anstieg der sommerlichen ostalpinen Sonnenscheindauer von knapp 30% beobachten. Dieser Trend hin zu sonnigeren Großwetterlagen ist eine markante regionale Veränderung und über die letzten zehn Jahre hat sich diese Entwicklung sogar noch beschleunigt. Sehr spannend wird es, wenn wir uns den Verlauf der Sommertemperaturen und die Entwicklung der Sonnenscheindauer ab 1970 auf einem Chart ansehen. Es ist genau jene Periode, welche die markante Erwärmung der alpinen Bergsommer mit sich brachte. Wir sehen hier nicht die Einzeljahre, sondern die zehnjährig gleitenden Mittelwerte. Die grüne Kurve zeigt die Sonnenscheindauer in Stunden, während die blaue Kurve die Sommertemperaturen im Grad Celsius anzeigt. Sehr gut erkennbar ist der Gleichklang der beiden Kurven. Das Bestimmtheitsmaß R² ist 0,93. Das R² ist ein Gütemaß der linearen Regression. Es gibt an, wie gut eine unabhängige Variable dazu geeignet ist, die Varianz der Abhängigen zu erklären. Das R² liegt immer zwischen 0% und 100%. 100% ist ein perfekter Zusammenhang. In der statistischen Fachliteratur wird ein Zusammenhang ab 0,7 als sehr starker Zusammenhang bezeichnet. Wir sehen hier also einen sehr starken Zusammenhang im obersten Bereich der Skala. Und was heißt das nun konkret? Es heißt, dass die Entwicklung der Sonnenscheindauer rund 93% der Varianz der Sommertemperaturen erklären kann. Es heißt, dass die Entwicklung der Sonnenscheindauer rund 93% der Varianz der Sommertemperaturen erklären kann. Damit alleine ist jedoch noch keine zwingende Kausalität gegeben. Es liegt jedoch sehr nahe, dass der markante zusätzliche Strahlungsgenuss den dominanten Treiber des sommerlichen Temperaturanstiegs darstellt. Eine genaue Abschätzung bleibt den Atmosphärenphysikern vorbehalten. Frage also an alle Atmosphärenphysiker, die sich dieses Video ansehen. Besteht zwischen der Sonnenscheindauer und der Temperaturentwicklung nicht nur ein sehr starker Zusammenhang, sondern ist auch eine entsprechende Kausalität gegeben? Wir wollen damit eine Diskussion über ein brandheißes Thema anregen, das in der aktuellen Klimadebatte häufig außen vorgelassen wird. Bitte nutzt für eine anregende, aber wertschätzende und faire Diskussion den Kommentarbereich unterhalb des YouTube-Videos. Sehen wir uns als erstes Daten vom Deutschen Wetterdienst an. Wir sehen die Schneehöhen zum 1. Juni auf der Zugspitze von 1946 bis 2019. Das ist eine Zeitspanne von 74 Jahren. Die größte Schneehöhe am Zugspitzblatt auf 2660 Meter Seehöhe wurde am 1. Juni 1965 mit 670 Zentimeter gemessen, gefolgt vom 1. Juni 2019 mit 635 Zentimeter. Der Wert von 50 Zentimeter im Jahr 1947 scheint fast unrealistisch, wurde hier aber einfach vom DVD übernommen. 1960 und 1969 brachten zum 1. Juni Schneehöhen von nur 100 Zentimeter bzw. knapp darüber. Das zehnjährig gleitende Mittel zeigt sein Maximum am Ende der 1970er Jahre und ein jüngstes Maximum in der Gegenwart. Die rote Trendlinie steigt über die vergangenen 74 Jahre leicht an, von etwa 290 auf etwa 350 Zentimeter. Dieser Trend mag viele überraschen, es sind aber einfach die gemessenen harten Fakten. Zu winterlichen Schneedaten aus tieferen Lagen finden Sie Studien und Videos auf unserer Homepage und in unserem YouTube-Channel. Und auch da werden Sie feststellen, dass die medial propagierte winterliche Schneearmut sehr wenig mit den realen Daten zu tun hat. Der Grund für die Gletscherschmelze liegt also ganz eindeutig in der Sommerwitterung der letzten Dekaden. Der nächste Chart zeigt uns eine Zusammenschau der größten Schneehöhen zum 1. Juni von Zugspitze, hohem Sonnblick und dem Stubacher Sonnblick-Käs im Salzburger Binzgau. Hier sind wiederum nicht die jährlichen Messwerte zum 1. Juni eingezeichnet, sondern die 10-jährig gleitenden Durchschnittswerte. Die blaue Kurve ist die Zugspitze, die rote Kurve der hohe Sonnblick und die grüne Kurve ist der Stubacher Sonnblick-Käs. Deutlich erkennbar, vor allem bei den zwei Messreihen aus den Hohen Tauern, ist der markante Peak am Ende der 1970er und beginnenden 1980er Jahre. In Kombination mit den feuchtkühlen Sommern führten sie zum bislang letzten Vorstoß der Alpengletscher, dem sogenannten 1980er-Vorstoß. Anschließend folgte ein markanter Abfall bis in die 2000er Jahre hinein und in jüngster Zeit eine ganz leichte Erholung. Die lange Messreihe vom Zugspitzblatt relativiert hier die kurze Messreihe vom Stubacher Sonnblick-Käs, die zufälligerweise mit dem Peak am Ende der 1970er Jahre startet. Die Messreihe vom Hohen Sonnblick startet im Jahr 1960. Sie zeigt für die vergangenen 60 Jahre einen leichten, statistisch nicht signifikanten Abwärtstrend. Hingegen sehen wir anhand der Messdaten vom Sonnblick einen markanten Rückgang der Sommerschneefälle von Juni bis August. Der Chart zeigt die sommerlichen Neuschneesummen von 1973 bis 2019. So dramatisch diese Entwicklung erscheint, so ist sie doch nicht verwunderlich. Wir haben bereits gesehen, dass die Sommer seit den 1970er Jahren markant wärmer und sonniger geworden sind. Diese Entwicklung geht klar zulasten der Sommerschneefälle, welche für die Gletscherbilanzen so entscheidend sind. Was hat diese Entwicklung nun zu bedeuten? Wie können wir sie einordnen? Wir sehen uns hier exemplarisch die alpine Gletscherentwicklung an und aktuelle Veränderungen an der alpinen Vegetation und der Baumgrenze. Allgemein wird angenommen, dass durch eine Erhöhung der Temperatur während der alpinen Vegetationsperiode von Mai bis September um 1 Grad Celsius die klimatische Schneegrenze, das ist die Schneegrenze am Ende des Sommers, um etwa 150 Meter ansteigt. Seit Mitte der 1970er Jahre sind die Temperaturen der alpinen Vegetationsperiode im zehnjährig gleitenden Mittel um mehr als 2 Grad Celsius angestiegen. Gleichzeitig hat sich die Sonnenscheindauer um knapp 20 Prozent erhöht. Anmerkung, im Kernsommer von Juni bis August stiegen die Temperaturen im selben Zeitraum um knapp 3 Grad Celsius, die Sonnenscheindauer um knapp 30 Prozent. Die klimatische Schneegrenze zog seit den 1970er Jahren um knapp 400 Höhenmeter nach oben. Regional findet man bereits Jungbäume, welche ebenfalls um ca. 300 bis 400 Höhenmeter über dem Niveau der 1970er Jahre aufkommen. Der nächste Chart zeigt uns das Lebenswerk des Salzburger Gletscherforschers, Universitätsprofessor Dr. Heinz Lubecki. Seine Massenbilanzen vom Stubacher Sonnblickkäs gehören zu den längsten durchgehenden Reihen weltweit. Deutlich erkennbar der warme Sommer 1947 mit einer sehr negativen Massenbilanz. Von 1965 bis 1980 folgte eine Serie von überwiegend positiven Jahresbilanzen. Am Ende dieser Periode erfolgte der schon erwähnte 1980er Vorstoß vieler Alpengletscher. In den 1980er Jahren wendete sich das Blatt erneut und bis heute überwiegen meist stark negative Jahresbilanzen. Ihr alle kennt vermutlich die vielen Fotovergleichen von Gletscherzungen. Eine wunderbare Website zu diesem Thema ist gletscherarchiv.de. Wir aber wollen uns jetzt das stark veränderte Gipfelrelief des Großvenedigers ansehen. Ein Foto des berühmten Alpinfotografen Dr. Karl Kaser, vermutlich aufgenommen 1907, zeigt einen stark vergletscherten Gipfelgrad auf ca. 3670 Meter Seehöhe. Alle Bergsteiger, die am Großvenediger schon waren, kennen den berühmten Doppelgipfel, der wie ein Kamelbuckel wirkt. Seit den 1910er Jahren sind die Sommermonate im Mittel um mehr als 3 Grad wärmer und um knapp 30% sonniger geworden. Das Ergebnis sehen wir am rechten Foto. Der Hauptgipfel ist mittlerweile völlig eisfrei und der vorgelagerte Kamelbuckel wird immer flacher. Noch sind gut 20 Meter Eis vorhanden. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ziel des Fotos vom 22. September 2019 war, den exakt gleichen Winkel wie Karl Kaser zu finden. Dies gestaltete sich als schwierig, weil das heutige Gipfelrelief kaum mehr Anhaltspunkte zum 1907er-Foto gibt. Das nächste Foto zeigt den Tuxerferner im hintersten Tuxertal. Diese Aufnahme ist besonders spektakulär, sehen wir doch annähernd 10.000 Jahre alpine Klimageschichte auf einem Bild. Die weißen Pfeile zeigen den heutigen Stand des weit zurückgezogenen Tuxerferners. In den vergangenen 10.000 Jahren war er häufiger auf diesem Stand, zum Teil sogar hinter der Geländekuppe verschwunden. Die roten Pfeile zeigen die Ufermoräne, also die Seitenmoräne des Höchststandes um 1850. Der weiße Kreis zeigt einen Teil der Endmoräne von 1850. Sehr wahrscheinlich ist der Tuxerferner in den letzten 10.000 Jahren niemals weiter vorgestoßen. Deutlich zu sehen ist frischer Baumwuchs innerhalb der 1850er-Moränen. Die höchsten Bäume wachsen derzeit auf exakt vermessenen 2305 Meter. Siehe dazu den grünen Kreis. Blicken wir nun in den grünen Kreis hinein. Wir sehen die aktuell höchste junge Lerche im Tuxertal auf 2305 Meter Seehöhe. 2019 konnte sie prächtige Jahrestriebe von mehr als 15 Zentimeter Länge ausbilden. Aufgrund der Jahrestrieblänge ist erkennbar, dass 2019 keine Spätfrosteinwirkung stattgefunden hat. Vom selben Standpunkt aus blicken wir nun zurück bis in das völlig baumfreie Tal. Einzig derzeit frisch aufkommende Jungbäume sind zu sehen. Kein Altbestand. Die ersten älteren Bäume von mehr als 60 Jahren Lebensdauer finden sich unterhalb von etwa 1950 Meter Seehöhe. Hier ist ein beginnender Anstieg der Baumgrenze um knapp 400 Höhenmeter seit der letzten diesbezüglich eher ungünstigen Periode zwischen 1965 und 1980 zu beobachten. Achtung! Durch die starke menschliche Nutzung in dieser Region ist es schwierig zu eruieren, ob die ehemalige obere Verbreitungsgrenze natürlich oder anthropogen beeinflusst war. Kommen wir nun zum Fazit dieses Vortrages. Erstens. Die Sommertemperaturen auf den Bergen der Ostalpen sind seit dem Beginn der Messreihen markant angestiegen. Und gegenwärtig auf dem höchsten jemals gemessenen Niveau. Gleichzeitig sind die hochalpinen Sommer so sonnig wie noch nie seit Messbeginn. Zweitens. Seit den 1970er Jahren hat sich der Trend zu wärmeren und sonnigeren Sommern verstärkt, insbesondere in den letzten Jahren. Drittens. Die Entwicklung der Sommertemperaturen seit 1970 zeigt einen sehr starken Zusammenhang, R² ist 0,93, mit der Sonnenscheindauer. Dieser stark erhöhte solare Strahlungsgenuss findet in der aktuellen Klimadiskussion wenig Beachtung. Viertens. An den hochalpinen Stationen haben sich die Schneehöhen zum 1. Juni langfristig nicht signifikant verändert. Insgesamt scheinen die Schneerücklagen von Oktober bis Mai nur einen untergeordneten Einfluss auf die Jahresbilanz der Gletscher im Vergleich zur sommerlichen Witterung zu haben. Fünftens. Diese Klimaentwicklung führt zu einem weiteren Rückzug der Alpengletscher. Lediglich in hochgelegenen Lehrgebieten, deutlich über 3000 Meter Seehöhe und oder begünstigten Lagen bleibt unter den gegenwärtigen klimatischen Bedingungen Altschnee liegen. Sechstens. Die Vegetationsgrenzen steigen entsprechend der Klimagunst an. Derzeit ist regional ein Baumwachstum um bis zu 400 Meter über der aktuellen Baumgrenze zu beobachten. Die Alpen werden gegenwärtig weniger weiß, aber bedeutend grüner. Die Vegetationsperiode wurde länger, die Summe der Biomasse in den Alpen steigt an. Siebtens. Für den alpinen Sommertourismus sind die derzeit vorherrschenden warmen und sonnigen Sommer sehr günstig. Die daraus resultierenden Vorteile scheinen gegenüber den Nachteilen, zum Beispiel Gletscherrückgang oder Permafrostprobleme, zu überwiegen. Und das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Bitte diskutiert fleißig mit im Kommentarbereich von YouTube. Das wäre schön. Ich werde auch mitdiskutieren. Und das war's. Servus. Bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, Forschung ist teuer und Ihre Finanzierung immer eine Herausforderung. Das Forum Zukunft Skisport bietet unabhängige Forschung. Wir können es uns leisten, die Dinge klar anzusprechen. Vielleicht haben Sie Lust, uns dabei zu unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.